Hallo, ich habe mir das Expertenangebot der Woche mitgenommen, den Telefunken T50 EX1540 SAT. Das ist ein Smart TV, den probiere ich jetzt zu Hause aus. Das ist mein Fernseher. 50 Zoll, 127 Zentimeter und Full HD. Der Fernseher hat eine LED-Hintergrundbeleuchtung und bietet damit beste Bildqualität, wie ihr sehen könnt. Mit der Energieeffizienzklasse A plus verbraucht er zudem auch noch wenig Strom. Für mich sind beim Fernseher die Anschlussmöglichkeiten besonders interessant. Dieser Fernseher hat drei HDMI-Anschlüsse, sodass ich alle meine Geräte angeschlossen bekomme. Ich empfange bei mir zu Hause das Fernsehsignal über DVB-T, aber dank des eingebauten Triple-Tuners habt ihr natürlich die Möglichkeit, euer Fernsehbild über Satellit oder Kabel zu empfangen. Als Smart TV hat der Fernseher Internetzugriff. Damit könnt ihr auf diverse Apps, wie zum Beispiel Facebook, Twitter oder YouTube zurückgreifen. Was mir besonders gut gefällt, ist der Open Browser. Den findet ihr hier. Mit dem Open Browser könnt ihr ganz normal im Internet surfen, wie letzten Endes auf eurem Smartphone, Tablet oder PC auch. Dieses Expertenangebot der Woche erhaltet ihr für nur 419 Euro in allen Expert-Fachmärkten. Falls ihr noch Fragen zum Produkt habt, stehen euch meine Kollegen natürlich gerne zur Verfügung. Musik 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 Musik